Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Wir haben es ja zu einem arabischen Koran gemacht, auf das ihr begreifen möget. Und gewiss, er ist in der Urschrift des Buches bei uns wahrlich erhaben und weise. Sollen wir denn euch bei der Ermahnung unbeachtet lassen, weil ihr maßlose Leute seid? Und wie viele Propheten haben wir zu den früheren Geschlechtern gesandt? Und kein Gesandter kam zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig gemacht hätten. So haben wir solche vernichtet, die eine stärkere Gewalt hatten als diese. Und vollzogen hat sich das Beispiel an den früheren. Und wenn ihr gefragt habt, wer der Welt und der Erde und der Erde yöntet, der ihn dem Erster und der Erster, der 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 Erster, der die einem Erster, der der Erde bezeichnet hat, der der Erde meht und bezeichnet hat, dass ihr ihr hechtet könnt. Und wenn ihr's geschrafen habt, dann ihr die Welt nicht mögeet, dann ihr die Welt nicht mögetet, denn sie sichảmert an vậy. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss, erschaffen hat sie der Allmächtige und Allwissende, der euch die Erde zu einer Lagerstatt gemacht und euch auf ihr Wege gemacht hat, auf das ihr Recht geleitet werden möget und der Wasser vom Himmel in bestimmtem Maß herabkommen lässt. Damit lassen wir manch totes Land auferstehen. So werdet auch ihr hervorgebracht werden. Und der die Paare alle erschaffen und euch an Schiffen und Vieh gemacht hat, was ihr besteigen könnt, damit ihr euch auf ihren Rücken zurechtsetzt und hierauf der Gunst eures Herrn gedenkt, wenn ihr euch darauf zurechtgesetzt habt und sagt, Preis sei demjenigen, der uns dies dienstbar gemacht hat. Wir wären hierzu ja nicht imstande gewesen. Und wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Und wenn ihr euch gehalten habt, ihr euch denjenigen sind, und sie stellen ihm einen Teil von seinen Dienern als seinesgleichen zur Seite. Der Mensch ist ja offenkundig sehr undankbar. Oder hat er sich etwa unter seinen Geschöpfen Töchter genommen oder für euch die Söhne erwählt? Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt dessen verkündet wird, was er dem Allabama zum Gleichnis zuschreibt, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück. Wollen sie Allah denn jemanden zuschreiben, der im Schmuck aufgezogen wird und im Streit nicht deutlich wird? Und sie machen die Engel, die sie ja Diener des Allabamas sind, zu weiblichen Wesen. Waren sie denn Zeugen ihrer Erschaffung? Ihr Zeugnis wird aufgeschrieben und sie werden befragt werden. Und sie sagen, wenn der Allabama gewollt hätte, hätten wir ihnen nicht gedient. Sie haben kein Wissen davon. Sie stellen nur Schätzungen an. Oder haben wir ihnen etwa vor ihm eine Schrift gegeben, an der sie sich festhalten könnten? Beel قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Nein, vielmehr sagen sie, Wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden und auf ihren Spuren sind wir rechtgeleitet. So haben wir auch vor dir in eine Stadt keinen Warner gesandt, ohne dass diejenigen, die in ihr üppig lebten, gesagt hätten, Wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden und auf ihren Spuren folgen wir ihrem Vorbild. Er sagte, Etwa auch, wenn ich euch bringe, was eine bessere Rechtleitung enthält als das, worin ihr eure Väter vorgefunden habt. Sie sagten, Wir verleugnen ja das, womit ihr gesandt worden seid. Da übten wir an ihnen Vergeltung. So schau, wie das Ende der Leugner war. Und als Abraham zu seinem Vater und seinem Volk sagte, Gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat, denn er wird mich gewiss recht leiten. Und er machte es zu einem bleibenden Wort unter seinen Nachkommen, auf das sie umkehren mögen. Aber nein, ich habe diese da und ihre Väter genießen lassen. Bis die Wahrheit und ein deutlicher Gesandter zu ihnen gekommen ist. Als nun die Wahrheit zu ihnen gekommen ist, sagen sie, Das ist Zauberei und wir verleugnen ihn. Und sie sagen, Wäre doch dieser Koran einem bedeutenden Mann aus den beiden Städten offenbart worden. Verteilen etwa sie die Barmherzigkeit deines Herrn? Wir verteilen doch unter ihnen ihren Lebensunterhalt im diesseitigen Leben und erhöhen die einen von ihnen über die anderen um Rangstufen, damit die einen von ihnen die anderen in Dienst nehmen. Aber die Barmherzigkeit deines Herrn ist besser als das, was sie zusammentragen. Und wenn die Barmherzigkeit der Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit der Barmherzigkeit Und damit die Menschen nicht eine einzige Gemeinschaft werden, sahen wir davon ab. Sonst hätten wir wahrlich denjenigen, die den All-Abama verleugnen, für ihre Häuser Decken aus Silber gemacht und auch Treppen, auf denen sie hätten hochsteigen können und Türen für ihre Häuser und Liegen, auf denen sie sich lehnen können und weitere Zierte. All das ist aber nur Niesbrauch des diesseitigen Lebens. Das Jenseits bei deinem Herrn ist jedoch für die Gottesfürchtigen bestimmt. Und wenn die Barmherzigkeit der Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit der 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 Barmherzigkeit Wer für die Ermahnung des All-Abamas blind ist, dem verschaffen wir einen Satan, der ihm dann zum Gesellen wird. Und sie halten sie wahrlich vom Weg ab und diese meinen, sie seien rechtgeleitet. Wenn er dann schließlich zu uns kommt, sagt er, o wäre doch zwischen mir und dir eine Entfernung wie zwischen Osten und Westen, ein schlimmer Geselle. Heute wird euch, da ihr Unrecht getan habt, nicht nützen, dass ihr an derselben Strafe teilhabt. Bist du es etwa, der die Tauben hören lässt oder die Blinden und diejenigen recht leitet, die sich in deutlichem Irrtum befinden? Sollten wir dich vorher fortnehmen, so werden wir doch an ihnen Vergeltung üben. Oder wir zeigen dir, was wir ihnen angedroht haben. So haben wir ja die ganze Macht über sie. Halte also fest an dem, was dir als Offenbarung eingegeben worden ist. Gewiss, du befindest dich auf einem geraden Weg. Das ist wahrlich eine Ermahnung für dich und dein Volk. Und ihr werdet befragt werden. Und frage, wen von unseren Gesandten wir vor dir gesandt haben. Ob wir anstatt des Allabamas andere Götter eingesetzt haben, denen man dienen soll. Und wenn wir sie mit ihnen verraten haben, dann haben sie von ihnen verraten. Und wir sagen, wir sind die Wahrheit, sondern sie ist die größere von ihren Eltern. Und wir haben sie mit den Schäden, damit sie sie zurückgehen. Und sie sagen, oh Gott, wir haben uns die Schäden, wenn wir uns nicht mehr verletzen. Und wenn wir die Schäden von ihnen die Schäden, dann können sie sie schälen. Und wir sandten bereits Moses mit unseren Zeichen zu Pharao und seiner führenden Schar. Er sagte, gewiss, ich bin der Gesandte des Herrn der Weltenbewohner. Als er nun zu ihnen mit unseren Zeichen kam, lachten sie sogleich über sie. Und wir zeigten ihnen kein Zeichen, das nicht größer gewesen wäre als das vorhergehende. Und wir ergriffen sie mit der Strafe, auf das sie umkehren mochten. Und sie sagten, o du Zauberer, rufe für uns deinen Herrn an, aufgrund dessen, was er dir anvertraut hat. Dann werden wir uns wahrlich recht leiten lassen. Als wir dann die Strafe von ihnen hinweg nahmen, da brachen sie sogleich ihr Wort. Und der Strafe von ihnen sagt, ja, ich bin der Strafe von ihnen. Ja, ich bin der Strafe von ihnen. Und Pharao ließ unter seinem Volk ausrufen. Er sagte, o mein Volk, gehört mir nicht die Herrschaft über Ägypten und auch diese Flüsse, die unter mir strömen. Wollt ihr denn nicht einsichtig sein? Oder bin ich nicht besser als dieser, der verächtlich ist und sich kaum deutlich äußern kann? Würden doch Armringe aus Gold auf ihn herabgeworfen oder die Engel mit ihm als Begleitung kommen? Er fand sein Volk leicht zu beeinflussen. Und da gehorchten sie ihm. Gewiss, sie waren ein Volk von Fräflern. Als sie uns Kummer bereiteten, übten wir an ihnen Vergeltung. Und so ließen wir sie allesamt ertrinken. Wir machten sie zu Vorgängern. Und zu einem Beispiel für die späteren Geschlechter. Wollten sie ihn besuchen. Und als der Sohn Marias als Beispiel angeführt wurde, da brach dein Volk sogleich in Geschrei aus. Und sie sagten, sind unsere Götter besser oder eher? Sie führten ihn dir nur zum Streiten an. Nein, vielmehr sind sie streitsüchtige Leute. Er ist nur ein Diener, dem wir Gunst erwiesen und den wir zu einem Beispiel für die Kinder Israels gemacht haben. Und wenn wir wollten, könnten wir euch wahrlich zu Engeln machen, die zu Stadthaltern auf der Erde würden. Und wenn sie sich die Götter haben, Und er ist wahrlich Wissen von der Stunde des Gerichts. So hegt ja keinen Zweifel an ihr und folgt mir. Das ist ein gerader Weg. Und der Satan soll euch ja nicht abhalten. Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind. Und als Jesus mit den klaren Beweisen kam, sagte er, Ich komme ja zu euch mit der Weisheit. Und um euch einiges von dem klar zu machen, worüber ihr uneinig seid, so fürchtet Allah und gehorcht mir. Gewiss, Allah ist ja mein Herr und euer Herr. So dient ihm. Das ist ein gerader Weg. Das ist ein gerader Weg. Doch wurden die Gruppierungen untereinander uneinig. So wehe denjenigen, die Unrecht tun, vor der Strafe eines schmerzhaften Tages. Erwarten sie nur die Stunde, dass sie plötzlich über sie kommt, ohne dass sie merken, Die Freunde werden an jenem Tag einer des anderen Feinds sein, außer den Gottesfürchtigen. Ja, abad, la khauf عليكم اليوم, ولا أنتم تحزنون. All-ذien آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Ad-kulوا al-jennet, أنتم وأزواجكم تحبرون. يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُغْرِسْتُمُوهَا بِمَا كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ هَا تَأْكُلُونَ O meine Diener, keine Furcht soll heute über euch kommen, noch sollt ihr traurig sein. Ihr, die ihr an unsere Zeichen glaubtet und uns ergeben wart, geht in den Paradiesgarten ein, euch und euren Gattinnen wird Freude bereitet. Es werden ihnen Schüsseln aus Gold und Trinkschalen herumgereicht, darin gibt es, was die Seelen begehren und köstlich für die Augen ist, und ewig werdet ihr darin bleiben. Das ist der Paradiesgarten, der euch zum Erbe gegeben worden ist für das, was ihr zu tun pflegtet. Darin habt ihr vielerlei Früchte, von denen ihr esst. Inna Al-Murimien Fi' Azaab Jahennem Chalidun, La yufattr عنهم وهم فيه مبلسون, Wemaa Zalemna'um, Wala-Kin Kanouhum U'ul-Zalimen, Wala-Daw-Yaa Mali-ku, Die Übeltäter hingegen werden in der Strafe der Hölle ewig bleiben. Sie wird ihnen nicht herabgesetzt und sie werden darin ganz verzweifelt sein. Nicht wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie sind es, die Unrecht getan haben. Und sie rufen, O Malik, dein Herr soll unserem Leben ein Ende setzen. Er sagt, gewiss, ihr werdet hier bleiben. Wir sind zu euch mit der Wahrheit gekommen, aber den meisten von euch ist die Wahrheit zuwider. Oder haben sie sich eine Sache ausgedacht? Auch wir können uns etwas ausdenken. Oder meinen sie, dass wir ihr Geheimes und ihre vertraulichen Gespräche nicht hören? Ja doch, unsere Boten sind bei ihnen und schreiben alles auf. Sag, wenn der Al-Abarmer Kinder hätte, wäre ich der erste derjenigen, die ihm dienen. Preis sei dem Herrn der Himmel und der Erde, dem Herrn des Thrones. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. So lasse sie schweifende Gespräche führen und ihr Spiel treiben, bis sie ihrem Tag begegnen, der ihnen angedroht ist. Er, der in der Welt ist woher, in der Erde ist woher, und in der Erde ist woher. Er ist der Luiste, der Leinlich der Heilung ist. er ist es der im Himmel Gott und auf der Erde Gott ist er ist der Allweise und Allwissende und segensreich ist derjenige dem die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen was dazwischen ist gehört der das Wissen über die Stunde besitzt und zu dem ihr zurückgebracht werdet und diejenigen die sie anstatt seiner anrufen verfügen nicht über die Fürsprache außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt und sie wissen es wenn du sie fragst wer sie erschaffen hat sagen sie ganz gewiss Allah wie lassen sie sich also abwendig machen und bei seinem Ausspruch O mein Herr gewiss das sind Leute die nicht glauben übe Nachsicht mit ihnen und sag Friede sie werden es noch erfahren